Hallo ihr lustigen Flugzeugtreiger und Kampfjet-Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Carrier Deck. Und wir haben Mission Nummer 3. Polar Revenge, ich hab's nicht gelesen, scheiße. Oh Gott, warte mal, da gehen wir noch ganz, ganz schnell wieder raus. Ich habe versehentlich draufgeklickt. Exit Main Menu, Main Menu. Böse Verklickort. Ja, kann auch mal passieren. So, nochmal, in die Arctic Region, Mission 3, Polar Revenge. Wir sollen alle feindlichen Einrichtungen zerstören. Konzentrierte feindliche Küstenverteidigungsanlagen und Luftkräfte sind in der Gegend präsent. Wir bekommen eine F-18 Hornet zugewiesen. Darüber hinaus in einen EA-6B Prowler. Das kenne ich noch gar nicht. Medium Range Surge Aircraft in IWA. Okay, IWA. Okay, mit IWA hatten wir noch nicht viel zu tun. Äh, es wurden Küstenkräfte gemeldet, aber ich mache es hier trotzdem einfach mal für alles. Äh, blau. Rot. Runterfahren, 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 runterfahren. So, einmal so, einmal so. Schön alle nach oben holen. Die größte Herausforderung in diesem Spiel ist es immer die Flugzeuge tatsächlich in die Luft zu bekommen. So, rüberordnen. Na, der ist da nicht im Weg. Copyright 18, Mission ready. Na? Was stimmt denn nicht? Ach, weil der hinter ihm rumjodelt, deswegen. Gut, wir gehen. Fahr hoch, rauf hoch. Blau. Blau. Grün. Rot. Aus dem Weg. Landen. Äh, warte mal, kann ich den da so angreifen eigentlich? Dann ist ja. Brauchen wir gleich noch einen zweiten dieser Art. Ich habe 553, Mission ready. Auto 37, Miner, Mission ready. Das ist einige Küstenkampfwürfe. Lighthouse 573, clear for launch. Good hunting. Good to go. Good to go. Schnell hier hin. Gelb. Auto 37, Mission confirmed. Boah, das ist gleich nochmal einer. Spare 188, Mission ready. Dragonfly 267, ready for landing. Magus 512, 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 ready for landing. Spare 188, ready for landing. Spare 188, ready for launch. Good hunting. Der nächste, der landet. Und am Leben. Ich habe gerade eben keine mehr, die grünen abwehren können. Also keine Landstreitkräfte abwehren können. Das muss ich ganz schnell wieder aufkonditionieren. Wo ist da oben hin? Aber, bomb. Mal hab ich kommen sehen. Cobra 703, Mission prep. Ach, der ist schon wieder was im Weg, ey. Ja, ist ja gut. Du musst ja nicht jedenfalls pausieren. Spare 188, request for landing. So, du machst auch sofort wieder rot. Dann muss ich zwei rote, meine neue. Oh, keine. Der hat hier. Ah, du bekommst jetzt auch den S3, oder? Ist das der S3? Der ist schon im Qualm, ey. Der ist schon im Qualm nach einer Mission. Nee, das ist ganz was anderes. Das ist das Ding, was da angekündigt worden ist. Dieses komische Jet-Teil. Keine Ahnung, was du bist. Cobra 703, inbound to landing. Ein Cobra. Hostile Aerocraft detected. Aha, 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 aha. Eagle 315, Mission initiated. Eagle 315, good to go. Launch when ready. Lass ihn wieder hochfahren. Lass ihn wieder runter. Noch sind keine Helikopter so großartig nötig. Ja, komm, was mach ich mit dir? Komm, auch nochmal rot. Es kommen einige Luftkämpfe hier gerade eben in Frage. Das sind Dinge, die man berücksichtigen muss. So, noch zwei Wellen. Bis jetzt ist es viel zu entspannt. Es ist viel zu entspannt. Ah, da kommt auch was. Ich wollte es gerade sagen. Es war viel zu entspannt. Brauchen wir eine Aufklärung. Scheiße, das heißt jetzt wohl, dass diese Mission hier für den Arsch ist, ne? Ah, ne, sie greifen an. Okay, Gott sei Dank. Guck dir das mal an. Das sieht, das sieht böse und hässlich aus. Hahaha, das Ding, ey. Raketen gestellt. Mein Lenk ist grün. Ich stelle sie da hin. Cobra landen lassen. Ich stelle sie da hin. Ich stelle sie da hin. Den habe ich noch nicht bestimmt, diese Mission. So, jetzt. Da wir immer danach gucken, dass sie sich nicht gefehlt sind. Ich muss den jetzt mal starten lassen. Das Ding wäre ja eigentlich eine bessere Aufklärung gewesen. Was ich jetzt gerade eben für den Kampf losgeschickt habe, ne? Ist egal. Ich nehme es jetzt mal besser. Es ist besser als gar nichts. Covid-18, ready for landing. Mago 412, ready. Grot und blau. Der landet gerade jetzt irgendwie auf dem Weg damit. Das ist schon wieder so ein grünes Mistding. Da landet jetzt wieder was. Äh, blau. Äh, das will ich natürlich auch angreifen. Rover 178, Mission ready. Hostile target detected. Noch eins. Gantor 462, mission initiated. Gantor 462, terror launch. Call an airborne. Ich brauche hier wieder eine Aufklärung. Ich brauche hier wieder eine Routeraufklärung. No. Äh, 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 äh. Keine Ahnung. Raven 178, request landing. Oh fuck, ich brauche hier ein Grünes. Schnell umladen. Äh, äh, wof. Ich gerate hier gerade voll ins Straucheln, Leute. Das ist gerade echt heftig. Auch wenn es nicht so aussieht, aber ich gerate volle Kanonen ins Straucheln. Der Start durch. Roger 758, clear for launch. Good morning. Roger 758, clear for launch. Good morning. Runter mit dir. Was will ich mit dem Teil hier? Weiß es nicht. Der ist am qualmen. Dem geht es nicht so gut. Runter mit dir. Der wird repariert jetzt. Bis jetzt haben wir es, glaube ich, noch perfekt. Der muss jetzt ganz schnell weg. Mogul 412, mission ready. Mogul 412, clear for launch. Good morning. Also diese Mission war deutlich leichter als diese davor. Die kommen jetzt auch runter. Nur für den Fall, dass wir über eine Seerettung haben. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Everything done. Der kann wieder hochkommen. Der startet natürlich wieder durch, weil ist halt so. Schnell dahin. Mogul 412, request landing. Äh, ja, darfst landen, sobald du... Ich bin mir gerade... Der qualmt hier, scheiße. Nee, du gehst dahin. Geh mal aus dem Weg. Genau, dass der jetzt dahin kann. Jetzt kannst du landen. Du fährst runter. Du machst grün. Ähm, du machst Platz hier, dass der hier dahin kann. Und der letzte Helikopter kommt auch noch runter. Geschafft. Eieiei, Chief Warrant Officer 5 sind wir geworden. Nice. Okidoki. Gut, damit sind wir, glaube ich, beim nächsten Mal in der letzten Mission von der Arktis. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin schöne Zeit. Tschüss und ade.